so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die der devil die starfall von veco in der original fassung wieder eine top neuheit von veco also props wir haben sie ja schon in freiberg gesehen und und hier waren wir auch wieder einfach nur hin und weg weil hier diese zerleger teilweise so untypisch groß sind für veco wo man so denkt alter ja jetzt wollte ich mal kurz drehen man könnte hier mal so drauf gucken aber das stünde bei veco sowieso also sowas in etwa erwartet uns richtig geile blinker geile fächereinheiten sieht man hier ich glaube hier müsste also zweimal fächer wird glaube ich geschossen in der batterie natürlich auch wieder mit einer abschluss salve und wie viel gramm 485 alter schwede das ist ordentlich viel und da sieht man auch schon mal wieder warum die zerleger auch so riesengroß sind weil einfach diese batterie randvoll mit netto explosivmasse ist so ist es und so werden wir jetzt auch zünden ich wünsche euch jetzt ganz viel spaß mit der der devil von veco let's go jetzt die der der will gerade noch gerade noch gefunden jetzt mal jetzt jetzt mal wirklich vergessen die sie auch wieder ein stand den ich abgebrochen habe und den auch das war auf der zuschauer richtung also genau die wird trotzdem stehen wenn nicht der sterben gehalten der devil starfall von veco was geht mit wege auch die kalt aber auch die kalt kauf empfehlung riegel fett die kalt 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 Bis zum nächsten Mal.